Keiner redet mehr über den Sturm, aber jeder redet über Big Brother. In 5 Minuten zeigt sich seit 1 von einer ganz neuen Seite und Big Brother macht das, was er am besten kann. Tabus brechen. 14 Menschen werden heute bewertet und den Wert bekommen sie von ihnen. Und am Ende schnappt sich eine oder einer die 100.000 Euro. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, bis gleich! Ich bin wahnsinnig aufgeregt.